und mit dem Rettung Prozent heißt ja wie ist das Spiel und die Welt sich in Haus genau was machte er in Kreativ-Modus Kreativ-Modus ich bin ein Kreativ-Modus das freier Modus Party-Modus den Kornel ist wichtig wenn man zu uns reichern jetzt so kann ich nur noch mal Wasserfall spielen ja auch so gut Die hatten wir das letzte Mal effektiv nutzen können. Zack. Zack. Den Sprung müsste man eigentlich schaffen. Ja, den schafft man auf jeden Fall. Hey, scheiße. Kann man sprinten? Warte mal, mit C konnte man sprinten, ne? Das war aber nicht die Reise, ne? Ich wär's gleich rausfinden. Sag mal, ich bin so doof zum Spielen. Ah ja. Das ist das Spiel. Ich muss meine Maus weglegen, ja. Die beiden gewinnen und keine Punkte. Die blockiert mich beim, beim Spielen. Auch in einer neuen Runde. Oh, ne? Oh, 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 oh. Falsche Taste gedrückt. Sag mal, ich bin so doof, so das Spiel gerade. Ich auch. So ne, das ist eigentlich schon schon, das kommt mir irgendwie nicht so gut. Aber was ist das, Jo? Das ist ne Bombe. Damit kannst du Sachen weg... Auf und necke fallen. Hat mich überzeugt. Nein! Meine Chance. Nein! Keine, keine Chance. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen lernen. Ich bin ja zu doof, mich irgendwo festzuhalten nochmal. Ich hab jetzt auch, äh, von, äh, von irgendein Entwickler... ...ein Spiel gefunden. Uh, das geht ja weg! Oh nein! Ich war fast drauf. Meine Chance. Mann, ich hab' nicht gesprintet. Warum nicht? Ich hab' von den Entwicklern hier mal, äh, da so ein Spiel gefunden. Ja. Das hat er von den anderen Entwicklern geklaut. Und nennt sich, äh, Uno. Einer, Vater, die drehen sich jetzt jetzt miteinander, oder? Aber das dreht sich jetzt miteinander. Find' ich alles cool. Klasse. Und faktisch anscheinend übelst ab, gefällt mir. Ja, mich faktisch übelst ab. Nein, zu früh gesprungen. Ich hab' nicht so übelst ab, oder? Nee, nee, ich bin zu früh gesprungen. Aber da, weiß ich gleich, was ich dort oben ranhänge. Da weiß er gleich, was irgendwo anhängt. Philipp, bist du noch da? Ja. Bist du noch da? Ups. Ich hab' nur kurz was im Summit-Game. Alles klar. Ich mag das. Warum bin ich jetzt nicht nur da oben drauf gesprungen? Ich mag das. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag das. Oh? Oh, nee. Das dreht sich wieder. Huuu. 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 Alter, Falla. Hey. Du hast so den Bessenschön. Tricks dabei jetzt, hör. Ja, bin ich hör. Huuu. Verdammt. Trinkt aber auch nichts. Komm, ich muss das doch mal schaffen, ich muss eh mal dort ankommen, ey, jetzt gibt's doch vorne. Uh. Ganz viele Chancen. Habt sich das da oben jetzt, oder? Ne. Nein! Nein! Haha! 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 Ich finde es gut. Noob Gaming hätte ich best. Hab gewonnen! Viel zu Ende! Wir müssen das mal mit mehr Leuten spielen. Das macht bestimmt mehr Spaß. Jetzt, wo es machbar ist, kann man es wieder schwerer machen. Schwieriger. Schwieriger. Schwieriger meinte ich. Aber es bringt was. Du bist da reingeronnen? Ja. Ja. Aber meins, das habe ich gut hingesetzt, muss ich ehrlich sagen. vollen die Lücke dort rein? Kennst dich gut mit Lücken aus, Philipp? Mit Läscher. Mit Läscher. Mit Läscher. Ja. Mit Läscher. Mit Läscher. Mit Läscher. Mit Läscher. Mit Läscher. Und Leibnach. Ich nicht. Ich nicht. Doch, ich schon. Weil ich es gerade beherrsche. Beherrscht? Was beherrschst du? Das Spiel beherrschte ich nicht. Achso. Ich hab grad was im Auge. Wie konnte ich den nach unten fallen? Keine Ahnung. Bis zwischen dem Stachel und dem Holz-Ding-Brett. Noch zwei Runden ist klar. Mach das mal unten dran. Nö, ich mach das dran, wo ich schon will. Da schießt's nicht die Müsse da oben. Komm, da schießt mich einfach. Tötet mich. Schließt sie nicht mehr weiterleben. Das ist sehr mein Skill, der Rügel. Ah, Müsse leckt mich auch mal. Oh, stimmt. Letzte Runde. Das war's. Alles oder nix? Oder alles oder Zadrig? Du bist sicher. Oh, und noch ein Pfeil hinterher. Das sind diese Sachen. Ja. Aber nice. Kein Gewinner, keine Punkte. Ungeschaut freigeschalten, Nerd. Ja. Auf den Weg. Ich hab den Feinere im Hintert stecken. Hast du das gerade noch gesehen? Nee, hatte ich nicht gesehen. So. Willst du mal einen Charakter changen? Ist irgendwo ein Fragezeichen? Ich glaube, es gibt ein Fragezeichen. Bei dem, was wir gerade gespielt haben. Wollen wir das nochmal machen? Ja, ich will ein Fragezeichen haben. Wir wollen das jetzt lernen. Wasserfall-Action. Wir müssen erstmal das Zeug bekommen. So nicht. So auch nicht. So auch nicht. So auch nicht. Aber das bleibt ja zum Glück bestehen. Weil der schreit immer so lange bei mir. Eieiei. 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 So auch nicht. Eieiei. 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 Soll ich mal so machen? Nee, ist langweilig. Eieiei. Eieiei. Eieieie. Eieieiei. Eieieiei. um Backpoint zuzusorgen, oder? Backpoint kommt dorthin, ne? Müssen wir das Level einmal schaffen, ne? Verdammt! Nein! Die scheiße Töbel sind da drin! Hast du eventuell die Tür zugemacht? Na ja. Ich hab die Tür zugemacht. Ich hab die Tür zugemacht. Ich hab die Tür zugemacht. Komm, wir tun's mal ein bisschen erleichtern. Ja, zum Renn X gedrückt halten. Ah, nicht C. Bei mir ist das Schiff. Wuh! Dankeschön! Oh, neues Level! Wuh! Wuh! Eigentlich gefällt mir, was ich gemacht hab. Wuh! Auch wenn ich sterbe. Auch neues Level für dich. Aber ich hab die zwei Kisten geholt. Jetzt machen wir's mal richtig schwer, ja? Ach. Dann machen wir's noch schwerer. Jetzt hab ich's unschaffbar gemacht. Jetzt hab ich's unschaffbar gemacht. Was? Krass. Nein! Warum hab ich denn weiter D gedrückt? Warum hab ich denn irgendwas gemacht, dass das nicht funktioniert? Warum? Warum? Wieso? Wieso? Weshalb? Die Folge wird Warum heißen. Warum bloß? Warum ist die Banane krumm? Achso, die bleibt da jetzt nicht dort hängt, die schwebt in der Luft. Hä? Das war ein Pferd. Das andere Ding ist eigentlich mit. Scheiße! Weil das nicht an dem Honig dran klebt. Jetzt lebt's da drun. Ne. Da hat er vorher noch nicht dran geklebt. Da hat er jetzt das Fass. Hier, da muss so'n Honig drunter. Alles klar. Wuh! 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 Vor allen Dingen... Oh ne! Das ist nicht dein Ernst. Nein! Nein! Ich darf nicht so schreien. Es ist heute sehr spät. Alter ich muss da unten machen. Da müssen noch mal drei Runden. Da seh ich nicht, da wieder kommt man eigentlich. Hier, das doch. Ich hab schon eine Chance. Dein Ernst du bist ein Schwein. Ich find's lustig. Scheiße Ne du wärst das bisschen ob Du bist da drüber geflitscht über den über das Ding Wir machen uns das so viel zu schwer Mit zwei Runden Kommt da so ein Teleporter her, genau NEIN! Geil Ach, ich hab mich nicht drauf geachtet Ist das bei dir jetzt schon wieder so bunt? Mir funktioniert der Teleporter Bei mir nicht Das ist ja lustig Hätt ich das gewusst jetzt schon oben hingesetzt Ich dachte, den anderen kann ich nur benutzen Nein, nur wahrscheinlich der letzte, weil der erste bringt dir ja nix Einer, wieviel Räder hier sind Hm Fuck Da hab ich nicht drauf geachtet Vor allem, guck mal, den Puck schießt sich da umdurch Bei dir auch Ne Ne, bei mir nicht Bei mir schon Bei mir schießt den Puck umdurch Links rum, links rum, links rum Zwischen den zwei Reifen musst du durch Genau Genau Hättest du da durch Genau Hattest du es geschafft? Ja, mit meiner Hilfe Hallo, ich dachte, ich bin ein anderer Tag mit sowas Oh, blöd ist, blöd ist viel Aber wir sind, wir sind jeder einmal ans Ziel angekommen Ist gut Alles klar, vielen Dank für Süda und bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal